Ich geh mal von dem Fesseln weg. Ich möchte jetzt gerne hier weg. Und dann hab ich gefordert und da gab es hier auch noch Schießerei und dann, Alter. Alles Gute Nacht, Leute. Ey, lass uns doch nicht frei, Alter. Ich hab geh... Hilfe! Ohne Witz, man sollte echt ein Gesetz einführen, dass wenn jemand an der Zettel nach irgendwie schreitgebeut ist, dann direkt beachtet und weg damit. Stimm ich zu. Ähm, 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 ähm. Ja, ich stimme da vollkommen zu. Auch wenn ich nichts zu sagen hab. Ähm, ähm. Absperrung, 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 Absperrung. Mach mal meins Auto ganz eh. Gib mal Hand, ich geb dir Schlüssel und so. Abstand! Abstand! Du hast drunter gefragt, ja. Also ich bin doch vor mir weggeh'n, ey. Ich hab ja eben nur gesagt, ey, wer kommt mal raus, wenn du da rumgehst. Ich mach auf und so. Was? Ey, wo wollen die denn hin, mein Gott? Ja, guck mal den an. Ja, ich hab's gesagt. Wie schön wie gesagt, also. Nein, ist das dein scheiß Ernst? Ey! Alter! Du hörst auf, ihr Scheißes zu bauen und macht nen Abflug. Was ist das denn? Du hörst auf, ihr Scheißes zu bauen und macht nen Abflug. Was ist das denn? Ich hab gesagt, ihr hör doch vor mir erst, da musst du aus dem Weg gehen, weil ich vorwärts sitzen muss. Ihr Kompafield rastet aus. Jungs, benehmt euch. Kompafield zerfickt euch alle. Das ist der Koppafield. Ich verstehe ne Menge Spaß, ja, aber wenn ihr hier nicht gleich nen Abflug macht, dann ist das Ende. Ich war schon nett zu euch. Also hört auf die Leute hier zu neben der ERC, dass wir seinen blöden Job machen. Und du gehst den Leuten hier auf den Nacken. Warum wollten sie mich überfahren? Auf mir? Weißt du denn, ich hab niemanden überfahren. Der Reiter wurde vom Reifen, oder? Gucken sie mal, wo sie drauf sind. Ja, 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 ja. Ich muss aber noch ein Stück nach vorne setzen, weil sonst fragt sich meine Reifen. Runter. Wissen Sie mir Befehle erteilen, junger Mann. Was denn jetzt schon wieder passiert? Nein, ich will nach vorne setzen, weil meine Reifen liegt sonst noch keiner. Du musst jetzt einmal nach vorne sitzen. Ich geh jetzt weg, oder ich bring dich weg. Nix gemacht. Dankeschön. Vorsicht. Nächstes Mal bitte nicht da drauf fahren. Danke. Nee, wollte ich nicht. War keine Ahnung. Tut mir leid. Du wolltest ja auch nicht festen. Alter. Sind wir zu viert im Auto gerade? Marka, was machst du? Ich hätte gerne den Ausweis. Oh? Marka, was machst du? Danke für den Ausweis. Lieber Kollege! Daiko, kommst du bitte nochmal? Walter. Weil das vielleicht eine grüne Zone ist. Ja, gerne. Was gibt's denn? Der Typ, der gerade wegrennt, hat gerade jemanden niedergeschlagen. Alter Zeus, jetzt schrei mir nicht die ganze Zeit um, Mann. Was? Ich schreie nicht. Check. Mach mich' zu schreie nicht... Felix war mit dem Auto weg! K구 schreie nicht weg! Kulége! Herr attacks! Der ist aber weit gekommen! Aber wir nicht hat ihn auch. connecting to dem Auto wegzugehen würde! Jetzt würde ich sagen, quickly escalate. Sorry, aber ich habe mein Opho nicht mehr gepackt. Mir fällt aber gerade erst ein, das ich eingepackt habe. Es geht da oben. Es geht da oben, es geht da oben.